Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück bei Selegent of Zelda Ocarina of Time Und da umbauen wir schon So, da haben wir die Tür Hm Okay Gucken wir mal welchen Raum wir danach sind So, jetzt ist die auf Okay, jetzt sind wir hier Ja, sonst ist ja hier nix So, mal Gehen Ja, sonst ist ja hier nix Und doch da, warte mal Ich möchte da dran Ja komm ich Geh weg du Skutula Geh weg Komm, komm, komm Ist egal Oh neee, da lag durch das Wasser rein Nicht so frisch Hm So weit springt der doch gar nicht Ne Da hab ich ein Türchen Beide Oder vielleicht muss ich doch Das Wasser wieder reinlassen Hab keine Ahnung Was sind für denn jetzt? Was sind für hier? Ja. Hm. Was darfst du da kommen? Kann ich machen. Hallo. Ja. Oh, 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 oh. Warte mal. Warte. Ja. Komm also. Nee. Oh nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe. Nee. Nee. Das läuft mal gar nicht so. Nee. Habe ich ja da einfach nicht drauf zu springen. Das geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung wo wir jetzt hin müssen. Jetzt sind wir zu viel hier wieder. Wenn ich da reingehe, bin ich da. Wenn ich jetzt... Nein. Da reingehe. Aber ich möchte... Von da... Müsste ich ja hier rein. Hm. Ich frage es mal. Wie komme ich da hin? Ich würde sagen, das läuft hier nämlich gar nicht. Was heißt denn? Anderen weg suchen. Die Frage ist nur. Welchen? Ja genau. Roll vor die Tür. So. Jetzt sind wir hier. Da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Tür. Aber wie kann ich... Warte mal. Ich muss bestimmt... Hm. Nein. Hier gibt es nichts zum Schienen. Hier gibt es nichts zum Schienen. Müsste ich mich jetzt mal hier... Nein. Nicht runter. Da durch. Und dann da durch. Und das aber auch nix. Und ich glaube auch nicht, dass man den nochmal rausziehen kann, oder? Nein. Was einmal steckt, das steckt. Was einmal steckt, das steckt. Das haben wir hier. Hier können wir wieder. Und da. Ach ja. Hier haben wir den grün wieder. Ha. Komisch, komisch, komisch. Wie sollte es eigentlich da hochgehen? Ja. Daher. Ja. 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 Okay. War auch kein Weg. Ja. Hier ist auch nichts. Cool. Der Deckengrabscher. Du siehst einen Schatten auf dem Boden. Bevor er angreift, zerstöre ihn. Bevor er wieder entschwindet. Du da du 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 uh. Hmm. Daher ist nix. So, das ist hier. Okay. Echt jetzt. Und da drauf. Und da drauf. Wir haben eine goldene Skull Dollar bekommen. Das sagt mir aber immer noch nicht, wie ich weiterkomme. Hier ist nichts. Da ist ne Tür und da ist ne Tür. Was haben wir hier drin? So, hier haben wir. Hier haben wir das. Was haben wir? Hier drin. Oh, da geht die Tür zu. Oh, da haben wir ne Tür. Eine kleine Tür. Ja, natürlich noch ein Schlüssel. Ich weiß gar nicht, wohin wir den ganzen Schlüssel. Was ist das? Hhhhhh. Haben wir sonst auch was hier im Raum? Nö. Haben wir natürlich nicht. so da komme ich zurück also kann ich auch hier gleich und das wir wieder hier ich weiß auch gar nicht wo wir denn da hinkommen wir da oben kommen wir da gucken wir noch einmal im stell da da noch was ist ok dann halt nicht nein der nicht naja das war es dann auch schon wieder mit so legend of zelda ok arena aufteilen wir sehen uns im nächsten part wieder bis dann tschüss